Also wir hatten, und das möchte ich noch einmal betonen, in allen Bereichen dieses Zurückfahren. Aber wir hatten auch Hotspots, wo dieses Zurückfahren nicht mehr nachvollziehbar war. Und einer von diesen Hotspots ist die Psychiatrie gewesen. Warum und wieso das so ist, wissen wir eigentlich noch nicht? Also ich kann Ihnen noch keine Antwort darauf geben. Aber es hat in bestimmten Bereichen, auch ich denke auch bei den seltenen Erkrankungen, dass solche Bereiche, die im Gesundheitswesen dies ohne dies schon vielleicht schwer haben, wahrgenommen zu werden und dies auch bei der Behandlung insgesamt schon schwer haben, da könnte es durchaus gewesen sein, dass sich diese Effekte des Zurückfahrens noch viel verstärkt haben. Untertitelung des ZDF, 2020